Ey, yo, was geht ab? MyCross1 zurück mit The Legend of Zelda Oracle of Ages. Und wir sind in einem krassen... krassen... yeah... In einem krassen Tanzsaal bei den Goronen. Und dancen jetzt mal eine Runde mit denen, weil es im letzten Part ja nicht so ganz gut geklappt hat. Lesen wir uns jetzt mal ganz cool die Regeln erstmal durch, weil das könnte vielleicht von Vorteil sein. Ja, du kriegst 10 Robine von mir. Und ja, bitte erklär mir das mal. Achte auf diese Lektion. Du hörst den Rhythmus. Wenn es losgeht. Ja, okay. Dann wiederholst du diesen Rhythmus. Okay. Es gibt dabei zwei Arten. Drücke B, um zu diesem Klang zu tanzen. Okay. Drücke A, bei diesem Klang. Okay. Okay. Aha, aha, okay. Ich hab's verstanden. Ist okay, ich hab's verstanden. Ja, dann mach mal. Los, komm. Mal gucken, ob's klappt. Ich hoffe doch. Und los! Hä? Ging's nicht so? Verdammt! Konzentration! Okay, dann nochmal. Okay. Hihihi! Gepackt! Juhu! Es glaubt doch gut! Okay. Hey, was denn? Ach, fuck you! Ich hab's doch gedrückt! Aha. Aha, aha. Aha. Nein! Ich hab's doch gedrückt! Verdammt! Was ist mit euch los? Ah, dieser Rottz! Ja, komm, dann zocken wir nochmal 10 Rubine ab. Na, und weiter geht's. Oh mein Gott. Aha, aha. Yeah. Oh Gott. Scheiße. Ah, verdammt! Okay. Klappt doch ganz gut! Oh Gott. Aha, aha, aha. Dum, 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 dum. Okay. Dum, dum, dum. Okay. Dum, 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 dum. Du bist wirklich gut! Nun bist du ein Bruder der Goronen! Wie versprochen! Juhu, ich hab' das Bruder, Zeichen! Nun bist du auch ein Gorone! Ja, du bist nun der Freund deiner Goronen! Lass uns ewig tanzen! Ich tanz' nie wieder mit dir, fuck you! So, jetzt lass' mal da hoch, ich bin ein Gorone, Mann! Ja, vor der Gorone, ja, ja, Generation! Ho, du hast'n Bruder, zwei, ja, ist so toll, ich lass' dich durch, oh, tschüss! Bla, 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 nein, ich will dir nicht helfen! Was verlangen wir uns hier, um den Frieden der Kugelgeist zu bewahren? Ich komm' mir vor, hier, dabei kommen wir über so Hunger, hast du etwas zu essen? Nee, ich hab' nichts zu essen für dich, lass' mich in Ruhe! So, wir sind hier oben, schon mal sehr gut! Wir machen Fortschritte! Ich mein', hat hier jetzt nicht ungefähr schon vier Minuten gedauert, um nur den Scheiß-Tanz zu machen? Nee, Quatsch, ging ganz schnell, oh mein Gott, ähm, so, wir machen mal weiter, mal schauen, wo wir rauskommen, ich hab' mich nur planen, wo ich bin, und ob ich hier überhaupt richtig bin, aber ich geh' einfach mal stark davon aus, und danke, dass ich vom bekommen habe, find' ich verdammt cool, und warum rede ich eigentlich so schnell? Ich rede verdammt schnell in diesem Part, weil, warum rede ich eigentlich so schnell? Ich könnte eigentlich langsamer reden, hau! Nee, Spaß, ich rede jetzt mal wieder normal, in einem Tempo, in dem man es auch versteht und ohne Versprecher, so. Ihr müsst mir verzeihen, es ist schon sehr spät, wir haben mittlerweile halb drei nachts. So, Bomben-Spaß, Lorenz-Schuss, oh mein Gott. Was, das ist irgend so ein abgewichstes Minispiel? Okay. Äh, ja? Äh, mir ist nicht nach Spielen zumute, bis vor kurzem hab' ich Nacht für Nacht durchgearbeitet, dabei hab' ich einen tollen Preis für dieses Spiel gefunden. Ach, ja, ich brauche etwas, das mich wieder munter macht. Äh, bin ich für alles zuständig in diesem Spiel. Hey, Gasha-Kern, wie toll. Ach, geh weg. Ja, komm, geht tot. So, jetzt bin ich im ganzen Scheiß-Weg, muss ich hier zurücklaufen, wahrscheinlich, weil ich jetzt mir diesen Scheiß-Gasha-Kern geholt hab'. Hey, Herz-Teil. Ich habe Interesse an diesem netten Ding. Wie komisch darüber, bitteschön, hä, kann man es mal erzählen? It's impossible. Andere Zeit vielleicht? Na, aber von hier komisch ist in die andere Zeit. Keine Ahnung. Mal gucken, was da oben so ist. Vielleicht ein Zeitportal, hä? Oh, wer hätte es gedacht? Uh, hier gibt's nix. Uh, okay, ich hör auf. So, auf in die andere Zeit, da waren wir schon lang nicht mehr. Magisches Portal, öffne dich und lasse mich durch. Dankeschön. Okay, mal da reingehen. Hey, du, kann ich dir irgendwie helfen? Warum schlägst du gegen eine Wand? Das tut doch weh. Junge, ersthaft. Dafür gibt's eine Spitzhacke. Spiel mal mehr Minecraft, dann wüsstest du das, Bitch. Egal, komm. Schatzsuche ist nicht leicht. Hilfst du mir? 20 Glutkörne und 20 Bomben? So viel hab ich, glaub ich, gar nicht. Weil du kannst haben, was ich hab. Überlasst mir die Suche. Ich werde schon etwas finden. Komm später nochmal wieder. Aha. Heißt später jetzt so viel wie in der anderen Zeit? Oder heißt später jetzt, geh raus und geh nochmal rein? Und ich gehe einfach mal in die andere Zeit und guck einfach. Ich meine, außer dass da nichts ist, kann mir nichts passieren. Irgendwie kommt's mir nicht so vor, als ob hier irgendwas ist. Ihr wollt mich doch veräppeln, kann das sein? Yo, wollt ihr? Na klar, wollt ihr das. Lass uns mal zurück in die andere Zeit beamen. Oh yeah. Dankeschön. So, was gibt's denn hier? Hallo. Nö, da will ich irgendwie nicht rein. Nicht so mein Ding. Okay, hier gibt's ein Gasha Kernplatz. Whiii, ja, Pflanzen. Okay, dann gehen wir mal da rein. Okay. Ich hätte jetzt gerne halt dieses Dingens, dass der Kerl da jetzt Schatzgrab mäßig macht. Naja, er kann einfach nicht gewinnen, weil er keine Diamantspitzacke hat. Naja. Äh. Ah, okay. Ist natürlich auch ne Idee. So. Hey du, dank dir habe ich einen Schatz gefunden. Es sind sogar zwei Drohnen. Such dir eine aus. Oh Gott. Oh Gott. Einfach nur, weil wir Link heißen und das ist fast wie Links. Also bitte. Sei gut. Ring. Was hat er? Ich wüsste gerne, was du in der Kiste hast. Ah, fuck you. Naja, ich habe einen Ring. Das ist schon mal ein bisschen was. Und du hast es aufgemacht und... Ach, komm schon. Gut. Ja, und so. Ne? Geh mal zurück in die andere Zeit, weil der war, glaube ich, irgendwo noch was. Ja, gucke mal nochmal. Ich weiß es gerade gar nicht. Warum? Leute, bitte. Oh, da war außerdem der Vorspülknopf. Wie bin ich da bloß draufgekommen? Huch. Ist das aber dumm gelaufen. Okay, von hier komisch. Moment. Hier war... Okay, Moment. Little bit orientierungslos. Ich glaube, ich will hier rein und den ganzen Spaßweg nochmal laufen. Ja. Hey, Gerone. Geh mal nicht auf den Sack und du auch nicht. Tschüss. Oh, das ist den ganzen fucking Weg nochmal laufen, Mann. Wir nehmen mal. Hier, äh, wo sind sie denn? Ja, ich weiß noch mal Pegasus-Kern ein, damit es ganz hier ein bisschen schneller geht. So. Und... Ich... Ich würde sagen, ich schaue dir erst mal aufs Maul. So. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was hier jetzt ist, weil da war ich auch noch nicht gucken. Oh, der Vorspülknopf. Wie kam das bloß wieder? Okay, wo bin ich hier? Äh. Äh. Okay. Haha, ich kann da rein. Aber ich habe immer noch keinen Schlüssel. Haha, ist das nicht toll? Nee, eigentlich nicht. So, hier gibt es anscheinend nichts. Glaub ich mal zumindest. Okay. Dann wieder raus. Dann muss ich mich erst mal orientieren. Hier, ich habe mich null planen, wo ich hin muss. Noch mehr gerohnt. Hey, ich habe so ein Bruderzeichen-Dingens. Ja. Dankeschön. Ja, ja, bla, 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 bla. Also, ihr könnt aber auch labern ohne Punkten kommen. Ist ja unglaublich. Ich sehe nur eine Bestimmung. Blablabla, 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 blablabla. Okay. Hey, ihr wollt wieder tanzen oder wat? Komm, jetzt tanz mal in der anderen Zeit auch noch. Ja, ich gehöre so. Tanzkoronen, deine Kinder. Und ich würde... Das ist in der 20 Rubine. Was für eine Abzocke. Ich dachte, in der Zukunft wird alles teurer. Nee, hier in dem Spiel ist der Vergangenheit alles teurer. Nein, brauchst du nicht. Ich kenne die Regeln. So. Wir beginnen den Part mit einem Tanz und beenden den Part quasi auch wieder mit dem Tanz. Ist das nicht toll? Ähm, ja, ist es. Ja, 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 ja. Oh Gott. Welcher Klasse ich mit tanzen will. Natürlich ein Platin. Los. Ach, klar. Ja, ja. Pack ich locker. Ist kein Ding für mich. 1, 2, 1, 2, 3. Äh. Äh. Ja, okay, nochmal. Konzentration. Okay. Verdammt. Ich bin so schlecht. So unglaublich. Ey, ich übertreibst du mal nicht. Ach, fuck you. Was für ein Scheiß. Ja, du kannst mich mal am Arsch. Wie wär's? Lass mir die Ruhe. Nein, ich will nicht. Kotzt mich an. So. Ähm, was gibt's denn hier Schönes? Außer verdammt große Abgründe. Wo ist meine... Ach so. Hey, Pecoron. Ich, äh, werde den ganzen Kugelkamm mit Donnerblumen bepflanzen. Hey, super Idee, Alter. Mach nur weiter so. Okay. Ja. Ah, grad so geschafft. So. Was hast du denn für mich? Wow. 100 Turbinen. Das ist ganz cool eigentlich. So. Ich hatte zwar keinen Plan, wo ich hier bin. Aber hier kann man wieder so ein Teil Dingens durch die Gegend schieben. Ähm. Ah, okay. Ja, doch, 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 doch. Geht. Mit dem Teil hier. Genau. So. Hierhin. Und dann wollen wir die andere Zeit. Like this. So. Okay. Let's beam. Und dann dürft ihr es da hochgehen. Und alles ist cool. Alles ist glücklich. Selbst ich. Was gibt's hier rechts? Nichts. Oh, doch, hier gibt's auch was. Zwei Wege. Wir gehen jetzt wieder hoch. Der Besser gesagt, wir machen erstmal einen Cut hier und sehen uns dann das nächste Mal an dieser Stelle. Also macht's gut und Peace.